Piep, 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 Ziel bestätigt, jetzt schlage ich zu. Das ist mein Fachgebiet, also hört zu. Leg den Gesprächsstoff erst, an dem sie interessiert sein könnten. Steig mit einer einfachen Frage ein, das ist die goldene Regel. Sowas wie, wo kommt ihr her oder habt ihr Spaß? Bald fliegen die Fragen und antworten los, warum? Leg mal los und dann stellst du die Frage, okay? Los geht's. Hallo, Ladies. Kommt ihr denn her? Das geht dich nichts an. Ey, sei doch nicht so schüchtern. Wir beißen nicht. Warum sollten wir dir das sagen? Komm schon, sei doch nicht so. Wir wollen nur reden. Ich dachte, du wärst hier Experte. Immer schön langsackig, werde gerade erst warm, schau nur gut zu. Geht ihr auf die Uni, Ladies? Ähm, sag bloß nicht, ihr geht noch zu Highschool. Wir doch nicht. Echt jetzt, ihr seht aber wie Highschool-Land aus. Das tut mir leider stimmt nicht. Ach ja, Highschool-Kids im Urlaub auf Yakushima, das darf doch nicht wahr sein. Unsere Freunde haben uns in sein Feriendomizil eingeladen. Ziemlich cool, was? Schön für einen Freund. Wir mussten für unseren Urlaub mit unserem hart verdienten Geld zahlen. Wir hatten eben Glück. Aha, wie schön. Was wollt ihr überhaupt? Euch anfladen? Nichts. Dann machen wir den Schuh. Hey, Chef, schau mal, die Ladies ganz alleine. Die warten nur darauf, angefreundet zu werden. Bei der haben wir bestimmt Erfolg. Kann ich nicht zu den anderen Ladies gehen, Alter? Zu unseren Mädels? Hey, Süßene, hey. Kann ich euch helfen? Hallo. Entschuldigung, wir suchen die Toiletten. Hey, Yuki. Süßene ist ziemlich alt. Ist egal. Hey, was wüsstet ihr da? Was? Oh, äh, ihr geht doch zur Highschool. Highschool, hm? Ja, das haben sie gut erkannt. Ich kann nicht anders. Mein Shop. Ach, echt unwichtig. Wollt ihr ein bisschen Spaß haben? Oh, ey, das ist nicht okay, oder? Der Altersunterschied? Was? Ah, Giswan, du bist dran. Du warst sowieso dran und du bist altersmäßig näher. Äh, oh, also. Du bist gut gebaut, schlank, aber muskuläß. Hm. Nehm dich. Ey, willst du mit mir eine romantische Reise machen? Äh, nicht wirklich. Ey, das bleibt unser kleines Geheimnis. Ey, nicht anfassen. Akiko schwebt in Gefahr. Verstärkung schicken. Rückzug anordnen. Ich? Okay. Gu? Großmutter. Ihr Gesicht verzieht sich. Lauf! Das war knapp. Wie niedergeschlagen und zerstört ist, als er es ausgeschaut hat. Das ist eine Frau ganz alleine. Hoffentlich läuft das nicht wie letztes Mal. Schon okay. So was passiert einem doch nicht zweimal. Diesmal liegt der Volk in der Luft. Entschuldigung. Hallo, kann ich dir helfen? Wow, die ist heiß. Äh, bist du allein hier? Ja, mir ist total langweilig. Ich habe euch beobachtet. Ihr versucht schon, eine weiche Mädelsaufzugabe. Wo lief es denn? Totaler Fehlschlag. Haha, habe ich mir gedacht. Ihr versteht Frauen einfach überhaupt nicht. Äh, ups. Du bist mit der Müdze. Du bist viel zu sehr auf dich selbst fokussiert. Du magst überhaupt nichts, damit sich das Mädchen irgendwie etwas Besonderes fühlt. Ja, stimmt. Du mit dem Shirt bist eher so stuisch. Hast aber kaum Erfahrung mit Mädchen. Und da hast du vielleicht recht. Nein, du wirkst eher wie jemand, der einfach zu anstrengend ist. Du gehst alles viel zu logisch an. Also. Und du mit den langen Haaren? Bei dir bin ich mir nicht sicher. Hey, mal raus damit. Haha, ich meine, dass du mysteriös wirkst. Das ist das androgyne Ding. Weißt du, was ich meine? Äh, ja. Nein. Wow, du bist ganz schön unschuldig. Hm, du könntest mein Typ sein. Äh, hey, ein Augenblick. War nur Spaß. Ich mag dich auch. Wirklich? Soll ich dir beibringen, wie ich mich etwas besonders fühle? Ja, bitte. Aber drei sind mir etwas zu viel. Darf ich mir einen aussuchen? Ich will jemand Witziges mit einem großen Herzen. Ich will jemand Witziges mit einem großen Herzen. Hier, Jumpe. Ja, gute Wahl. Aber... Ja, das beschäftigt mich schon alle Weile. Ja, was denn? Das ist... Das ist der in deinem Kinn. Was? Hab ich ja eins übersehen. Wo bist du? Da geht's dir hin, meine Chance. Das ist ein Mann. Fast hätte ich mir einen Boy-Toy geschnappt. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich zu früh für euch, Jungs. Hey, komm vorbei, wenn ihr eure Horizont erweitern wollt. Wow. Das ist so schlimm. Wir sind 0 für 3. Was ist falsch? Ich dachte, du warst nicht interessiert in picking up Chicks. Wenn ich in einem matche bin, ich will gewinnen. Ich weiß, was unser Problem ist. Du kannst dich nicht kontrollieren. Was? Nicht das auf mich auf mich. Ich habe nur die Wahrheit. Aber du hast auch nicht gespielt. Warum musst du immer so logisch sein? Selbst in front of Babes. Das macht keinen Sinn. Was hast du gerade gesagt? Ihr seid beide schuld. Die waren beide nicht wirklich besonders gut. Was ist los? Jetzt kommt die eine, oder? Was ist los? Okay, dann entscheiden wir die Ordnung. Wir gehen klochweise. Wir beginnen mit dem Winner. Bereit? Rock, Papier, Schäuze! Ich gewinne. Okay, ich gehe erst. Akehiko-san gehe zweit. Und du gehst letzte. Ich bin auf. Ich wünsche mir Glück. Hey, wie geht's? Wie geht's los? Ich habe notiert, dass du, äh, auf den Ozean guckst. Also, ähm, hast du hier oft gekommen? Mein Name ist J-J-Junpei. J-Jun-Junpei? Oh, keine Ahnung. Ich will nur sprechen. Ich meine, es ist mehr Spaß, als hier alle bei dir selbst stehen, nicht wahr? Ich schaue einen Menschen. Oh, ja? Oh, scheiße, ist super scheiße von mir. Du bist nicht derjenige. Wow, er wurde schneller, als ich erwartet. Sie ist ein schwerer, Senpai. Nicht über mich. Wow, hallo da. Sag, äh, magst du den Ozean? Is your question directed at me? Oh, uh, yeah. I like the Ozean, too. Hey, I heard that triathletes who train at the beach perform better than those who practice indoors. Makes sense, doesn't it? That type of information is irrelevant to me. Ha, 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 ha. Ha, I won. I talked to her longer than you did. It doesn't matter how long you talk to her. This sucks. Hey, stop crying. You make me feel bad. So, that's our status. If you can't pull this off, I'm gonna be traumatized for the rest of my life. We're on the ropes, but it's not over yet. It's all up to you now. Du bist... Ich konnte nicht hören, was er gesagt hat. Aber sie sieht verrückt. Wir gehen da hin. Initiate evasive Maneuver. Konfirmation muss in einem sichersten Ort sein. Hey, was hast du gesagt, um sie weg zu gehen? Na, was hast du erwartet? Geh nach ihr! Das sollte ich wohl. Geh, sag ihr, du bist sorry! Wenn du nicht, dann werden wir alle in Probleme. Geh mal, Mann! Du kannst sie holen, wenn du schnellst. Ich beschließe dir, in den Wald zu folgen. Achso, da in den Wald. Können wir die Musik mal wegmachen? Jaba und Sugiwald, du hast das Mädchen aus den Augen verloren. Jemand scheint dich zu beobachten. Sie ist das geheimnisvolle Mädchen. Sie hat dich wohl beobachtet. Abwarten. Jetzt bin ich sicher. Ich habe dich gefunden. Ich habe dich gefunden. Meine höchste Priorität ist, mit dir zu sein. Was? Ich kann das nicht glauben! Was ist passiert? Sie hat noch etwas zu ihr gesagt. Und da sind ihr euch alle! Was machst du hier? Wir haben dich für dich geschaut. Ähm, was machst du in der Mitte des Waldes, in deinen Schwimmsuits? Du hast keine Ahnung, was wir haben... Hä? Wer ist das? Und warum hat sie dich lieb? Hör, wir haben ein Problem gefunden. Ich bin sorry, dass du deine Lebenszeit unterhalten. Aber ich brauche euch alle, um zurück zu das Haus zu vorbereiten. Das wird nicht notwendig sein. Wir haben gefunden, was wir suchen. Was meinst du? Oh, du hast mich gefördert. Du hast nicht die Möglichkeit, das Lab auf dein eigenes Leben zu lassen, glaube ich. Ich weiß. Ich entschuldige für die Probleme. Alles ist jetzt unter Kontrolle. Also, was hat sich mit dem Tank abgetreten? Oh, das hat sich geholfen worden. Komm her, Aigis. Komm her. Das möchte ich mir freuen, dritt ein. Das ist Aigis. Wie ihr seht, sie ist eine mechanische Maiden. Ich bin Aigis. Meine Mission ist, die Schäden zu zerstören. Ich bin bereit für 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 mich. Oder vielleicht ist sie noch halbänt. Das ist ziemlich interessant. Hmm. Ich denke, es ist das. Ich kann das nachdenken. Oh, ich habe es vergessen. Ich möchte euch allen sagen. Ihr könnt hier in einer großen Größe rekreationellen Aktivitäten teilnehmen. Es gibt ein Tennis-Kort. Eine Pool-Table. Auch eine Karaoke-Maschine. Wollt ihr mich singen? Ähm. Was ist jetzt los? Ihr seid alle zusammen mit am Strand. Auch Aigis. Man, es ist bereits der dritte Tag unserer Reise. Es ist zu schlecht, dass wir morgen nach Hause gehen müssen. Ich würde unbedingt länger bleiben, wenn ich es möglich wäre. Aber ich kann nicht schlägen. Es gab viele coolen Dinge, während wir hier waren. Wie kann er so voll mit Energie sein? Wir waren alle so lebt in der Nacht. Haben wir heute eine Mission auf der Beach? Nein, es ist nichts wie das. Wir kamen hier nur, um Spaß zu haben. Verstehst du, was es bedeutet, Spaß zu haben, Aigis? Natürlich. Rekreation ist die Aufmerksamkeit eines Minds und Körper. Genau. Genau. Du kennst sicher viel über uns Menschen. Alles klar. Lass uns noch eine letzte Dippe, bevor wir gehen. Äh, warte mal, Junpei-kun. Ist es okay, Aigis in den Ozean zu gehen? Oh, ich bin sicher, dass sie wütend ist. Nur Aigis kehrt ihr zurück. Was ist falsch, Aigis? Es ist besser, dass wir alle in dieser Aktivität zusammen engagieren. Eine Aktivität, in der nur eine Person Spaß macht, ist nicht der optimale Method, um Spaß zu haben. Ach, müssen wir... Wir müssen sie zusammen. Okay. Tschüss. 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 Äh, Akihiko-san. Komm schon. Es ist dein Wunsch. Mein Wunsch. Was machen Sie? Haha. Ich bin gläht, dass alle so viel Spaß haben. Ich habe bereits gehört, was die Zeit am Morgen kommen wird, am Tag kommender, oder? Ich bin wohl wahrscheinlich zu den Porten, also nicht umgelassen. Okay. Ich werde alle wissen. Wir können uns wieder zurück nach Business wieder auf der Türkei nach Hause. Macho-Doh? Hey Akihiko-Senpai! Das wieder? Ich glaube, wir sollten auch gehen. Aikas, warte! Das bedeutet nicht, was Wasser-Gun bedeutet! Junpei-Kun ist unten! Okay, hier ist unsere Chance für einen all-out-Attack! Angreifen! Wir haben keine Zeit! Ich kann wirklich viel mehr davon nehmen! Aaaaaah! Er lädt! Er lädt immer noch! Jetzt will er mich verarschen, oder? Fuck Netzwerkzeug wieder! Komm, fuck off, Alter! Das machen wir jetzt einfach on-screen hier! Los, zack! Zack! Da könnt ihr es auch mit sehen! Äh, wo ist denn Maps da? Äh, Yakushima! Fuck you! Yakushima! Alter, warum gibst du denn nix ein? Kuroshima! Jetzt halt aber! Oh ja, da! Die ist ganz unten am anderen Ende! Hier! Da kommt man von Kagoshima aus hin! Cool! Weil halt, da wo die Schule ist und so, das ist ja erfunden, soweit ich weiß! In der Gruppe geht es sicher noch lebendiger zu! Naja, Roboter und lebendige Summonite, oder? Sie ist Rang 5! Die Glossenheit von diesem Kampf wurde erhöht! Gruppenmitglieder stecken jetzt für dich tödliche Treffer während des Kampfes weg! Wenn du einen Treffer einsteckst, der dich ansonsten töten würde, stecken ihn stattdessen deine Verbündeten ein! So, Zeit worden! Urlaub auf Yakushima ist vorbei, ihr seid ins Wohnheim zurück! Spätere Nacht dazu in Port Island Station Gasse! Schlägertypen grölen wie immer! Shinshiro sitzt allein für sich! Drei düstere Personen nähern sich, Shinshiro! Oh, die anderen? Ja, Jesus! Die Leute! Ah, verdammt, es sind sie! Du meinst die drei? Wow, sie sind freakig! Schau mal, lass uns gehen! Warum schlafen sie immer und schlafen, wenn ich herkomme? Sie sind wie Back-Alle-Rats! Das macht mich! Jinn! Gib ihm die Kapsälen! Hehe! Die drei verschlagenden Typen überreichen natürlich wieder etwas! Dankeschön! Ich werde dir das gleiche als... Hold auf! Ich werde das mal an! Ich werde das mal an! Ich werde das mal an! Aktivitäten an Nights, wenn die Moon ist voll. Sie haben auch ein großes Zeit in der Tower. Warum haben sie diesen Bord auf sich selbst genommen? Du weißt, nicht wahr? Aber du willst nicht sagen, ob sie deine Freunde sind. Nein, ich habe nichts mit ihnen zu tun. Dann sag uns, wunschst du nicht, dass diese Bordel mehr wichtig sind als ein paar von anderen? Huh. Ich weiß nicht die Details, aber supposivlich, wenn du all diese Kreaturen dann die Tower wird weggeheben, und mit dem die Schmerzen. Du meinst, sie wollen eliminieren die Schmerzen? Warum würde sie tun so? Die drei verschwinden wieder. Nicht nach dem, was passiert. Eegis, ist dies deine Unterkunft? Nun gut, ich werde stets an deiner Seite sein. Geh doch lange nicht als Mensch durch. Scheinen normale Gefühle und Unterhaltungen noch nicht zu verstehen. Wenn ihr das gelingt, kannst du vielleicht eine Bindung mit dir eingehen. Meine Anti-Schatten, das ist eine willkommene Ergänzung. Die meisten Souvenirs sind Unsinn. Schneegucken schlusserlange ja Karten. Dieses Souvenir von Yokoshima ist aber tres bien. Wow. Na gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Persona 3. Macht's gut und Servus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020